Juhu Leute, das Jahr neigt sich dem Ende und ich bin gerade im Park, nur diesmal im Winter. Und was mache ich? Natürlich trinke ich ein schönes Alster-Wasser. Ja, das ist das erste Mal in der zweiten Jahreshälfte, dass ich das mache. Und ich bin gerade vom Einkaufen gekommen und habe schon ein paar Sachen für Weihnachten vorbereitet. Habt ihr denn schon eure ganzen Weihnachtsvorbereitungen fertig, alle Geschenke sind geschnürt, das Essen steht auch schon bereit, alles ist geplant? Oder sagt ihr, nee, das mache ich kurz vorm Schluss. Ja, ich habe mir gerade Rotkohl gekauft, Klöße und so ein Zeug habe ich alle schon zu Hause. Mir wird schön lecker. Ja, wieder Klöße geben. Und ich werde diesmal Tofu nehmen. Tofu nehmen, genau. Und ich bin gerade im Park und ich zeige euch mal, wie es hier ausschaut. Es lag nämlich vor kurzem bei uns noch Schnee. Und der ist jetzt beschmolzen. Die Temperaturen sind wieder ein bisschen hochgegangen und die Bäume sind ganz, ganz kahl. Ich genieße die Vorweihnachtszeit in vollen Zügen mit schönen Weihnachtsfilmen und vielen Leckereien. Ich hoffe, ihr macht das auch. Ich werde euch als nächstes mal ein kleines Weihnachtsspecial hochladen. Sehr klangvoll. Vielleicht gefällt es dir dem einen oder anderen. Mache ich dann im nächsten Video. Aber ich wollte euch auf jeden Fall mal einen schönen Gruß da lassen. Und jetzt werde ich mich gleich schön hier auf einer Bank hocken und mein Alls zu trinken. Seid ihr denn auch so, sage ich meiner Matrix so ungefähr, dass ihr sagt, kein Bier vor vier oder so? Soll ich euch mal verraten, wir haben es neun Uhr früh. Aber shit egal, du kannst trinken, wenn du willst. Und ich habe richtig, richtig Lust gehabt, mal wieder nach langer Zeit ein schönes Eis da zu trinken. Das werde ich jetzt genießen. Ich wünsche euch schöne Grüße. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Winterlebtag.